Gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir in einer sehr mächtigen Weise gesprochen. Und in dieser Unterhaltung gesegnete Leute, der erste Teil von der Unterhaltung, dann war ich unten auf der Erde hier und er brachte mich dazu nach oben zu schauen, in dieser Vision, dann öffnete sich der Himmel. Und Gott, der Heilige Geist, stieg vom Himmel hinab wie eine glorreiche Taube. Er stieg vom Himmel hinab in körperlicher Form, flatterte mit seinen Flügeln, kam, kam nach unten, kam nach unten, flatterte mit seinen Flügeln. Und dann kam er über den Kopf von ihm, der mit euch jetzt gerade spricht. Nochmals, der Herr Jehova hat mich besucht, in einer sehr, sehr mächtigen Weise, in einer sehr, sehr historischen Weise. Unser Gott, der Heilige Geist. Der Himmel öffnete sich und er stieg hinab in der höchst glorreichen weißen Taube. Superglorreich, höchst glorreich. Und er kam hinab. Ihr könnt den Glanz seiner Herrlichkeit sehen. Seine Herrlichkeit leuchtete und floss von ihm. Und er kam auf dem Kopf von dem, der mit euch spricht. Flatternd. Ungefähr so. Dann danach verließ er. Er gleitete weg. Ging zurück, dort nach oben. Hinein in den Himmel. Enorme Unterhaltung. Und dann danach. Der zweite Teil von der Unterhaltung. Gott, der Vater, nahm die Früchte von dem Baum des Lebens. Und platzierte sie auf meine linke Hand. Linke prophetische Hand. Und ich betrachtete sie. Jetzt habe ich drei Arten von Früchten gesehen. Die von dem Baum des Lebens im Himmel kommen. Nochmals der zweite Teil von der Unterhaltung. Der Herr brachte mich nach oben in den Himmel. Und dann. Er nahm mit seiner Hand und platzierte, wortwörtlich platzierte, auf meine linke Hand. Die Früchte von dem Baum des Lebens. Und er drückte sie in die Hände, sodass ich sie halten konnte. In den Fingern. Und ich habe sie gehalten. Innen in dem Königreich der Herrlichkeit. Nun jetzt habe ich drei Arten der Frucht gesehen. Von dem Baum des Lebens. In dem Königreich der Herrlichkeit, dort wo ihr hingehen möchtet. Nun der Messias kommt. Dies sagt euch, dass es enormen Besuch der Heilung geben wird. Wenn die Gemeinden öffnen. Erinnert euch daran, das letzte Mal gab mir der Herr die Früchte von dem Baum des Lebens. Wie es massive Heilung gibt, welche quer durch dieses Land fegt. Viele Krüppel stehen auf und gehen. Und erinnert euch daran, dies ist die Zeit, wo wir sogar die Stadien machten. 87 Stadien. Beteten für die Kranken in euren Gemeinden. Nun, dies wird wieder anfangen. Dies wird jetzt auch anfangen. Wir werden für die Kranken in euren Gemeinden beten. Die Krüppel, die Blinden. Aber der Herr präsentiert die enormen Früchte von dem Baum des Lebens. Jetzt habe ich drei Arten der Früchte gesehen. Drei Arten der Früchte von dem Baum des Lebens. Die Bibel sagt, gibt verschiedene Arten der Früchte. Es gibt bis zu zwölf verschiedene Arten der Früchte. Und nun. Der Herr wird Krüppel erheben, während er die Gemeinden öffnet. Und einige von ihnen werden in eure Gemeinden hineingehen. Diejenigen, die vor kurzem geheilt wurden. Während der Pandemie. Aber auch dieses Jahr wird es eine große Erweckung geben, während er die Gemeinden öffnet. Ich habe die Erweckung bereits gesehen. Aber der Herr wird die Hand von Jahwe freisetzen. Er platzierte die Früchte von dem Baum des Lebens. Er platzierte sie und gab sie in meine Hände. Es waren ziemlich viele von ihnen. Die linke prophetische Hand. Der Messias kommt. Der erste Teil. Gott, der Heilige Geist, steigt vom Himmel hinab. Er leuchtet und ist glorreich. Mit seinen Flügeln, wisst ihr, flatternd. Kam hinab. In körperlicher Form. Als eine Taube. Flatterte. Kam nach unten. Und setzte sich dann auf mich. In dieser Vision. Danach. Gleitete er weg. Sehr schnell hin zum Himmel. Sehr schnell. Er gleitet tatsächlich. Und dann der zweite Teil. Er platzierte die Früchte von dem Baum des Lebens in meiner Hand. Erinnert euch an das letzte Mal, als ich vor euch kam und sagte, dass der Herr die Früchte von dem Baum des Lebens platzierte in meine Hände. Die massiven Heilungen, die durch das ganze Land fegten. Nun, massive Heilungen kommen im mächtigen Namen von Jesus. Um die Autorität von Christus Jesus zu etablieren. Den Messias. Um den Weg vorzubereiten für das Kommen des Herrn. Sogar während ihr euch vorbereitet, eure Gemeinden zu öffnen, möge der Herr euch segnen. Der Herr wird euch schützen. Er wird euch beobachten. Er wird euch vor dem Coronavirus schützen. Der Herr wird euch vorangehen. Der Geist des Herrn wird vor euch sein. Der Heilige Geist wird vor euch sein. Er wird euch voraus sein, um euch zu verteidigen. Um euch Geborgenheit und Schutz für eure Kinder zu geben. Und euren Familien, während ihr kommt, um anzubeten. Aber erinnert euch daran, dass der Herr eine große Sache getan hat, weil er hatte euch abgesichert, als das Coronavirus wütete. Heiß wütete. Dies war eine Zeit, als er seine Propheten leitete, die weltweiten Gottesdienste anzufangen und euch von den Gemeinden fernzuhalten. Aber jetzt, während ihr geht, es ist ein wenig gesunken. Dennoch gibt es Länder, die sich in ernsthafter Situation befinden. Aber ihr könnt sehen, sogar, die Reportagen sind geringer in Kenia. Aber Gott wird euch immer noch verteidigen. Das Blut von Jesus, das ewigliche Blut von Jesus, welches ich über die Gemeinden ausgesprochen habe, über all die Altäre in diesem Land, über alle Bischöfe und die Kanzel und die Pastoren. Er wird euch schützen und verteidigen. Während ihr anfängt, anzubeten, erinnert euch daran, eine große Erweckung kommt. Enorme Mega-Besuche, zwei von ihnen. Einer, der Himmel öffnet sich. Und dann Gott, der Heilige Geist, steigt hinab. Super leuchtend und glorreich. Sendet Herrlichkeit aus, während er hinabsteigt. Und dann auf meinem Kopf sich niederlässt. Und dann danach gleitet er weg, sehr schnell hin zum Himmel, dort oben. Der zweite Teil Der Herr bringt mich zum Himmel und drückt in meine Hand. Die Früchte, die er bringt, waren ziemlich viele. Also musste er sie in meine Hand in einer bestimmten Weise platzieren. Die Früchte von dem Baum des Lebens. Jetzt habe ich drei Arten gesehen. Von den Früchten von dem Baum des Lebens. Der Messias kommt. Bereitet den Weg vor, der Messias kommt. Dies ist derjenige, über dem in der Bibel geschrieben wurde, in dem Buch Malachi, dass er den Propheten senden wird, den höchst furchterregenden Propheten, der den Weg vorbereiten wird für das glorreiche Kommen des Königs, von dem Messias. Nun lasst alle Leute Buße tun und heilig sein. Dankeschön. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung des ZDF, 2020